Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz, 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 ganz kurzen Informationsvideo. Und zwar mache ich das, weil ich ja immer noch sehr viele inaktive Abonnenten habe. Und damit ich die paar aktiven Abonnenten, die ich noch habe, gerade mal informieren kann, dass ich über das Wochenende leider keine Videos machen kann, da ich aus zeitlichen Gründen nicht dazu kam, diese Woche was aufzunehmen. Das heißt, die Videos, die ihr bislang gesehen habt, stammen noch aus letzter Woche. Und ich habe eben Fahrschule, ich möchte doch etwas mehr lernen fürs Abi und so weiter. Und hinzu kommt dann eben auch noch, was kam noch da hinzu, auf jeden Fall waren noch einige Dinge, die mir da diese Woche ein bisschen zeitlich, weswegen es mir diese Woche zeitlich nicht möglich war, Videos zu machen. Und deswegen seht ihr jetzt hier einfach ein bisschen mich in meiner Welt herumspringen, wie ich das gerade sage. Und am Montagabend dürfte ich Zeit haben zum Aufnehmen, wenn ich denn Lust habe. Denn wenn ich nicht Lust habe, dann lasse ich es einfach sein. Und das heißt, das nächste Video kommt dann vermutlich Dienstag, wenn das für euch in Ordnung geht. Und ansonsten sehen wir uns dann Dienstag oder Mittwoch. Und ich hoffe, ihr bleibt bis dahin aktiv. Bis dann und tschüss.